hallo leute und recht herzlich willkommen zum heutigen ets video heute auf der heilbronn map zum zweiten teil heute fahren wir für die dhl und zwar waren wir wechselbrücken im krone anhänger auch noch ganz schick und heute natürlich mal wieder mit unserem mercedes mp5 aus dem jahre 2019 baujahr 2019 und dann würde ich sagen fahren wir heute auch direkt los wir fahren heute nach elhofen nach dradeaux haben jetzt dann 13 kilometer vor uns ungefähr 22 minuten dauert die fahrt dann würde ich sagen fahren wir auch direkt los erstmal motor so red bull ist natürlich auch am start unsere katze leute wie sollen wir unsere katze nennen schreibt es gerne unten in die kommentare rein natürlich mit marlboro kippen und mit einem schönen deutsche bahn schenker modell lkw von mercedes haben wir hier noch ein paar magazine von autoshow autobild auch noch genau dann haben wir hier jetzt noch ein neues tomtom navigationsgerät das wird uns ein bisserl hier die reise erleichtern genau dann würde ich auch sagen fahren wir dann direkt los so gucken wo wir rauskommen weiter hin und dann müssen wir einmal drehen so erfolgreich gedreht also ich finde es echt schade dass es nicht multiplayer gibt den lkw aber auch die hänger kombi also der braucht irgendwie echt lang um hochzuschalten oder beziehungsweise vom fleck zu kommen ich werde euch übrigens die mods in der video beschreibung verlinken so wie immer eigentlich sind wir eh gerade rot hier direkt die spur wechseln ich finde ich relativ schade dass das nicht äh beim normalen die mod ist auch unten in der video beschreibung verlinkt der mod ist ein extra mod dafür finde ich relativ schade dass das nicht äh beim normalen kabin zubehör pack dabei ist dass die sim im effekt aber mei man kann ja auch nicht alles haben übrigens falls ihr euch wünschen solltet dass wir mal auch live gehen sollen auf der karte schreibt mir das gerne natürlich auch in die kommentare ich hätte schon mal bock da auf der karte mal live zu gehen es war dann nur ein single player das kann dann halt keiner mitfahren aber übrigens sollte nicht wundern warum der so schlecht schaltet das ist echte automatik müsste glaube ich 16 gänge haben wenn ich mich nicht irre das ist erstmal eine fette baustelle hier sei auch schon im letzten video gesagt hier sind die ist die fahrspur so so schmal guck mal ich bin jetzt direkt ich kann ich bin direkt perfekt drauf wie der lkw vor mir oder das ist ein feuerwehrauto ja genau und wenn man auch merkt ein bisschen oh je 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 dass der lkw ein bisschen so ja soll man sagen nicht vibriert aber sich schüttelt da viele fahrspuren sind also spurrillen im endeffekt und das ist auch finde ich wenn ich ehrlich bin voll geil ich kann rein theoretisch das lenkrad loslassen und er fährt dann trotzdem immer noch weiter geradeaus muss aber trotzdem leicht nachlenken aber sonst gut es geht ja auch gerade noch mal aus aber ich habe übrigens gesehen das ist das erste video von der halb one map wo ich die vorgestellt habe bei euch super ankam deswegen habe ich mir gedacht komm machen wir direkt nochmal in der folge hinterher bin ehrlich mir macht spaß in der letzten zeit ähm so für euch ets videos zu drehen und am meisten hier auf der halb one map auch noch zu fahren sowie auch natürlich den mp5 zu fahren es ist einfach nur saugeil also mir macht es einen haufen spaß ich hoffe natürlich euch auch beim zuschauen falls euch das video bisher schon mal gefallen hat wenn wir natürlich über auch einen daumen nach oben freuen der übrigens noch nicht abonniert hat kann natürlich gerne auch kostenfrei abonnieren ich gebe jetzt nebenbei noch die glocke dann sehen wir uns dann im nächsten video wieder in den kommentaren oder im nächsten livestream so leere paletten die heilen da drüben ist wieder ein unfall passiert hier drüben wird dann gerade die andere autoball asphaltiert detoniert also die neue im effekt dann könnt ihr mir übrigens gerne auch modvorschläge reinschreiben in die kommentare dass ich so als nächstes für lkws oder einfach modmaps ausprobieren oder austesten soll aber ich bin ehrlich erster eindruck von der heilbronn richtig richtig geil danke nochmal an dich clausi fürs modden beziehungsweise entwickeln macht einen haufen spaß hier zu fahren ey der wackelt hier komplett durch hier staut sie es ja genau das hat mir hier letzte abend eine fall sperrung ich muss doch hier rüber auf die autoball ich muss doch hier rüber auf die autoball ich muss gerade aus durch wir müssen dann irgendwie anders fahren wir müssen dann irgendwie anders fahren und da kann ich aber warte mal ich könnte rein theoretisch hier und und ja ich muss im endeffekt hier runter und dann muss ich hier entlang fahren oh man oh man ja dann müssen wir halt so fahren Leute kann ich leider auch nichts machen also ich weiß noch in der letzten folge war die autobahn gesperrt auf der Seite und geradeaus nicht jetzt weiß ich noch jetzt ist oh man oh man oh man jetzt erst welche vollgas durchscheppern jetzt haben wir halt ja 1 Kilometer noch 26 Minuten bis wir am Ziel sind es ist halt auf jeden fall was jetzt Das ist übrigens, Leute, eure Meinung zu den Autos bzw. zu den Autos, die jetzt rausgekommen sind zum Multiplayer im Endeffekt oder für den Multiplayer. Es gibt ja einmal den einen, ja wie soll man sagen, Sprinter oder so, den kann ja jeder fahren und dann gibt es so einen kleinen Bus, also so einen VW-Bus, so einen kleinen. Das können im Endeffekt nur Leute fahren, die Praetion sind. Muss ich mal gucken, dass ich, ich bin glaube ich ein bisschen action unterwegs gerade. So, jetzt. Ich habe das ja schon im letzten Video angesprochen, dass ich das halt ein bisschen schade finde, dass sie halt eben die Lizenz nicht erhalten haben. Es wird anscheinend irgendwie, ich weiß nicht, wie das da jetzt gestaffelt ist, das haben viele Zuschauer zu mir im Livestream auch gemeint. Dennis, das wird so alle zwei Wochen oder jeden Monat immer gewechselt, da kommen immer andere Fahrzeuge hin oder dazu im Endeffekt. Ja. Also cool wäre es halt, wenn die da irgendwie so Autos reinkriegen, so vielleicht vom BMW oder VW oder ja, halt ein bisschen was Besseres so. Aber ich glaube, das ist schon viel zu viel Anspruch, den ich habe. Und mir ist auch aufgefallen, dass in der letzten Zeit sehr sehr viele immer mehr und mehr ETS zocken. Also die Server sind immer relativ gut gefüllt, am Nachmittags, sogar abends, ja gut abends ist meistens immer noch viel los oder halt zumindest am Wochenende, aber generell ist es einfach jetzt mehr los in der letzten Zeit, merke ich. Und übrigens Leute, wer die erste Folge verpasst hat von Heilbronn, ich werde sie hier oben rechts euch verlinken. Und apropos DHL, ich bin schonmal auch mit dem Scania für DHL gefahren, auf der ganz normalen Karte. Könnt ihr euch gerne auch das Video anschauen. Das verlinke ich euch auch hier oben rechts. So, wir müssen dann hier rechts. So, wir müssen dann hier rechts. Jetzt sind wir erstmal auf der Landstraße unterwegs. Also ich sehe schon öfter solche Tandems mit Wechselbrücken. Übrigens Leute, ich bin ja auch derzeit noch am Führerschein machen, für die Kasse B derzeit. Und mache Ende des Jahres so, also sobald ich einen B-Führerschein habe, will ich dann ungefähr so einen Monat Pause machen. Und dafür dann noch den C-Führerschein machen. Aber dann natürlich ohne die Module. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das sind 12 oder 13 Module oder irgendwie 14. Die muss ich halt nicht machen. So, wo kommen wir denn hier jetzt rein? Das heißt, ich konnte nicht lesen. Rap-Hack oder sowas hieß das? Hier steht es eh nochmal. Reppich, oder sowas. Also wir sind im nächsten Ort. Waldbach. Übrigens Leute, falls ich mal auch irgendwelche Autos, also Mod-Autos testen soll, könntest du mir das gerne natürlich auch unten in die Kommentare reinschreiben. Oder übrigens, das ist ja eine Primäre jetzt. Schreibt es mir das einfach hier rein. Aber am besten in die Kommentare, weil so sehe ich es halt dann einfach direkt viel besser auch. Weil auch in der Primäre kann ich es mir halt, kann ich es durchlesen, aber merken werde ich es mir jetzt nicht wahnsinnig, weil vielleicht viele reinschreiben, ja, fahren wir mal was von BMW oder von Ford, Porsche oder was auch immer, was es da alles für Autos gibt. würde ich halt einfach so ein kurzes Video machen, so vielleicht so 10 Minuten, 15 Minuten ungefähr. Ja gut, was heißt es kurzes? Wo ich halt einfach ein bisschen rumfahre, irgendein Zielsetz, wo ich in dem Video ankommen möchte. Links und rechts sind Bäume, und da einfach nur eine verlassene Straße, äh gut, was heißt verlassen. Das finde ich hammergeil. Die Hüge fad bringen, bis bald, bitte viel zu пов channelen, bis bald ab und hier bin. Bis bald. dumping. Bis bald. So, dann haben wir die Kurve. Dann haben wir hier eine Baustelle. Ich verlinke euch auch hier oben rechts zum virtuellen Spiediteur. Der eine oder andere fragt sich, was für ein Spiediteur virtuell was? Ja Leute, das ist im Endeffekt ein Programm, was euch dabei hilft, im Singleplayer, aber auch so wie im Multiplayer, euch selber Frachten zu erstellen. Leider funktioniert das ganze nicht auf der Halbronn-Map, weil die halt dann natürlich nicht verfügbar ist. Das geht für ATS, aber auch für ETS, für ein Singleplayer und ein Multiplayer. Was jetzt los? Jetzt fände ich hier so, ich fühlte 10 kmh hier. Ja, anrufen. Jetzt gibt der Gas. Warum blinken der, wenn er reinfährt? Also rausfahren, das habe ich jetzt in der Fahrschule gelernt. Wenn man rausfährt, muss man blinken. Aber das höchstens oder so jeder wissen. So, wie viele Kilometer haben wir da noch vor? Zwei Kilometer, also noch vier Minuten, dann sind wir auch erfolgreich am Ziel angekommen. Das ging jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, relativ schnell. Wir standen bis jetzt nur einmal kurz im Stau. Braucht immer ein bisschen länger, bis er erheizt wird. Also ich glaube, ich werde sogar einen, also wenn ich einen CE-Führerschein mache, werde ich glaube ich auch Wechsel-Booten fahren, also mit so einem Tandem-Anhänger. Am Anfang glaube ich zuerst mal mit dem ganz normal hier, ohne Anhänger und danach dann mit einem Anhänger dran. Also ich freue mich jetzt schon auf den Führerschein. Wir können dann eventuell auf Twitch dann, wer mir übrigens nicht auf Twitch folgt, kann unten gerne natürlich auch da auf Twitch mir gerne folgen. Wenn wir eventuell auch mal so Just Chatting mäßig ein bisschen, weiß ich nicht, fahren. Gut, natürlich, man darf das Handy nicht am Steuer benutzen. Aber wir halten irgendwo an, essen währenddessen was oder so und ich quatsche einfach mit euch ein bisschen. Im Auto. Es wäre schon, wäre schon, wäre schon, wäre schon funny. Ja. Ich versuche dir, der eine Busfahrer mich zu überholen. Jetzt denkt der Arte, schaffe ich doch nicht. So, dann müssen wir hier jetzt links rein. Boah, perfekt. Ich habe sogar ein bisschen zu viel ausgeholt. Aber wie gesagt, ich bin das erste Mal mit einem Tandem unterwegs. Das ist deswegen so L-Hofen. Das, das ist halt einfach hammergeil. Das ist, das sieht aus wie so ein richtiges Industriegebiet. Und hier stehen LKWs, die warten, dass sie entladen werden. Oder sogar leer sind. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir müssen, ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir müssen, wir müssen. Scheiße, wir hätten hier rein müssen. Warte mal. Kann man da vorne irgendwo drehen? Natürlich nicht. Oder warte mal. Ich fahre mal hier kurz rein und drehen da. So, dann haben wir erfolgreich gedreht. Jetzt fahre wir da nochmal richtig rein. Jetzt ist das Gute, dass ich den Lenkradknopf besitze und damit kannst du schön hier reinlenken. Hier steht einer hier. Hier steht der Bravo. Der ist im Multiplayer im Endeffekt vorhanden. Den kann jeder fahren. Aber ich bin ehrlich, transportieren kannst du ihn damit nichts. Also bringt das nicht wahnsinnig viel, kannst du halt ein bisschen rumfahren. Aber wir nicht. So, jetzt Leute, was sollen wir machen? Sollen wir mal ausprobieren rückwärts ein? Wir können eh hier nicht. Aber wir können schon mal vorwärts reinfahren. Das machen wir. So. Das DHL ist da. Mit den mehreren Paletten. Sollen wir hier die Hänger stehen lassen? Perfekt. So. Leute. Das war's dann mit dem heutigen Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Falls euch das Video gefallen hat, das gerne natürlich einen Daumen nach oben da. Wer noch nicht abonniert hat, kann natürlich gerne kostenlos ein Abo da lassen. Würden wir natürlich freuen. Dann würde ich sagen, reingehauen und abgehauen. Euer Dennis. Bis zum nächsten Video. Heimkollemi Head to Fan bleed tick See you next time.